Wer lacht und verliert? So, try not to laugh, quasi. Ja, best of coffin dance. Du weißt, was coffin meme ist? Das sind das nicht die... Nein, nicht wirklich. Das ist das mit den Sargträgern. Ja, okay, dann weiß ich doch, was es ist. Ich weiß gar nicht, woher kommt das, dass die so hyped sind, jetzt ohne Spaß. Ich habe heute darüber ein Video gesehen, das ging darum, dass irgendwer mal ein TikTok davon gepostet hat, wo jemand sich übelst wehgetan hat oder so. Oder wenn es gefällt hat. Und dann halt die, genau in dem Moment, diese Sargträger halt eingeblendet wurden. Und das ist halt übelst viral gegangen, das Video, und dann haben wir immer mehr das nachgemacht. TikTok einfach so ganz viele Sachen hyped. Unglaublich. Oder so. Er ist so richtig krank einfach. Da ja. Naja, so gut ist das Video auch nicht Es gibt eindeutig lustigere Ja, wir gucken was anderes Ist gar nicht gut Ich hab einfach ne neue geguckt, die hochgeladen ist Die hat jetzt vor drei Tagen 230.000 Aufrufe Und ja, es geht Bruder, richtiger Jaden Oh nein, das geht nicht gut Oh, ist da, finde ich Peter und Tur Bruder, was macht er mit dem Klopapier? Gerade in dieser Zeit, Alter Wir haben Notstand Er wickelt sich mit Klopapier ein Er will ne Mumie sein, Alter Opfer Hoffentlich sind das Brennnessel Dann ist es lustig Das ist seine Mission Das ist ein richtiger Jaden, Alter Ich will das nochmal sehen Wo ist Jaden? Digga, was ist seine Mission? Keine Ahnung, Bruder Holt mich hier raus Ich werde das so machen Weil ich mit Freunden irgendwo in den Urlaub fahre Weil wir zwei Autos zusammen Und dann da her fahren Weil ich doch So krimmer Ja Machst den Mund dran und pustest Oh nein Aber aufpassen Mit dem Krone, ne? Ja Was ist das denn ein Pancake? Boah, ich hab jetzt Bock auf Pancakes. Das ist so dumm. Bruder, was los? Beste Leben, wenn man besoffen durch die Stadt läuft. Zudem mit dem Einkaufswagen war ungefähr um dieser Zeit war ich auf einer Uniparty. Nach der Uniparty sind wir alle nach Hause gegangen zu fünft. Dann, ich weiß gar nicht, das war glaube ich gar keine Uniparty. Wir waren zum fünften oder so und dann hat sich einer da reingesetzt in den Einkaufswagen, sogar zwei haben sich reingesetzt, dann haben wir geschoben, also hab ich den geschoben und ich lau so mit dem Einkaufswagen fröhlich hinterher so richtig besoffen. Ich guck so auf die Straße, auf einmal fährt dann so langsam die Polizei her. Und ich sag, ich guck so, ich lauf so einfach, die machen so Fenster runter, also fahren so langsam hinterher und dann sagen die Jungs, woher habt ihr den Einkaufswagen? Hab ich da drüben im Gebüsch gefunden und bin aber weitergelaufen. Beste Leben. Oh Gott. Ja. Ich würd sagen ja, oder? Oh, sorry. Ja, moine. Ich versteh das nicht mal. Warum lachst du, Digga? Was ist daran lustig? Es ist so unlustig, dass es einfach schon wieder lustig ist. Ganz einfach. Oh, das bin ich nach vier und zwei Stunden. Ach so. Oh, Bruder, das tut so weh. Ich weiß, was kommt. Oh, ja. Warum ne Zeitlupe, man? Oh. Er dachte einfach noch. In Zeitlupe ist es noch unlustiger. Ich dachte, der fällt voll auf die Fresse, ne? Ach so. Ja. 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 Ja, ja. Ja. So, nach vorne kommt der? Ja. Mann, wie heißt der nächste Kind, das Adler, nächste. es ist nicht so wichtig dass der nächste was keine ahnung was ist ein testiger so elterntest hier so vaterschaftstest ob ihre eltern sind oder wird ja mal eine lange höhere ich habe kurze haare ja der reit den arsch oder ist doch nicht gut das ist alle 1 1 mein hund wenn ich ihnen irgendwie mit so einem wasserschlauch abspritze servus gucken sonn ist ja wieder zurück ja ja zurück mal weg aber ich kann ich habe ja auch nicht bemerkt ist mir nur aufgefallen ich denke das bei wrestling wie jane was machst du für komische gesichter Also Junge Die Bots Ding so Komm doch raus Sieht ja aus Ob er scheißt Oder ich muss Hart drücken Jetzt Ja wie geht's gut Alles in Ordnung Schnell ist das Ding rot geworden Im Gesicht Der ist übelst rot geworden So übelst schnell In zwei Millisekunden Verwandlung zum Teufel Alter Kopfplatz gleich Das sieht mir ja so aus Als wenn der gleich kotzen muss Ja Sieht doch aus Ob der Kotze am Kinn hat Gucken wir uns gar nicht Vor fünf Monaten Letztes Video Als ob das Pups muss Der sieht gar nicht aus Aber weint Ja man Alter Schön das deutsche Auto Immer die schönen deutschen Karossen Guck mal da freut man sich auch Oder Twitch Rechte Ganz ehrlich Ich glaube Er bemerkt sich mal Nicht? Ne Das war auch schon das Video Schönes Video Halb so gut Ich fand damals Die Try Not To Love Challenge Immer besser Fand ich damals Viel besser Wie heute Viel viel besser Muss ich auch sagen Dann Bis zum nächsten Mal я Him Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020